Schauen Sie sich mal diesen Peugeot aus dem Baujahr 2012 an. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einem manuellen Getriebe. Sie verfügen in diesem Peugeot über ein Head-Up-Display, eine Geschwindigkeitsregelanlage und einen Bordcomputer. Selbstverständlich verfügt dieses Auto über Sicherheitssysteme wie ESP, Traktionskontrolle und verschiedene Airbag-Systeme. Möchten Sie dieses Auto selbst erleben? Dann klicken Sie hier, um einen unserer Mitarbeiter zu kontaktieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017